Ida! Der Bruder war hier und hat jetzt mein Kind. Jimmy Aho hat auf der Melika als Praktikant gearbeitet und verschwand vor knapp fünf Wochen. Etwa eine Woche danach fand man ihn, ertrunken. Dann hat man zwei Männer aus Estland getötet. Beide haben auf demselben Schiff gearbeitet. Und dann eine Ärztin und einen Polizisten. Beide hatten die Sterbeurkunde von Jimmy unterschrieben. Jetzt jagt der Täter sie. Aber ich bin auf dem gleichen Schiff gewesen. Ich habe folgendes arrangiert, wie du deine Schulden abbezahlen kannst. Du musst eine neue Lieferung aus Tallinn rüberholen. Yuka Aho, Jimmy Aho's Vater. Worum geht's? Das ist seine biologische Mutter. Mari Rauta. Was fordert er? Das Mädchen gegen Sara Tolisuo austauschen. Also, holen wir uns das Mädchen. Jippe! Anhalten! Anhalten! Bitte halten Sie an! Hat man die Mutter informiert? Tolisuo? Sie ist verschwunden. Ich werde diese Scheiße nicht laut lesen! Niemals! Das ist für mich durchgekneint! Jippe! Jippe! Untertitelung des ZDF, 2020